Wie viele Stunden arbeitest du so am Tag? Acht Stunden oder zwölf Stunden? Stell dir einmal vor, wenn du dich beim Arbeiten eine Stunde lang ärgerst, aufregst, über eine Situation oder über irgendetwas, dann verbrauchst du so viel Energie, wie du für zwölf Stunden Arbeiten verbrauchen würdest. Also jetzt noch einmal die Frage, wie viele Stunden arbeitest du am Tag?